In diesem Video nennen wir die Tragetasche Larissa von Semidolls. Die Materialien sind hier aufgelistet, aber das kannst du auch nochmal ganz genau im E-Book nachlesen. Um die Henkel zu machen, nehmen wir ein Henkelteil aus Oberstoff und legen einen Henkel aus Wartierung mittig obendrauf. Anschließend falten wir die langen Seiten aus Oberstoff über die Wartierung und bügeln sie. Nun falten wir die Henkel zur Hälfte und stecken sie entlang der offenen Kante fest. Wir nähen entlang der langen Kanten auf beiden Seiten mit einem gröberen Stich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann nehmen wir das Taschenbodenteil und stecken eines der Taschenoberteile an die obere Kante. Anschließend stecken wir das andere Taschenoberteil an die untere Kante des Taschenbodenteils. Und nähen die Taschenoberteile entlang der oberen und unteren Kanten des Taschenbodenteils fest. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bügeln die Nahtzugabe auf die Taschenoberteile und steppen die Nähte von außen ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann falten wir das äußere Taschenteil zur Hälfte, sodass die rechten Seiten aufeinander treffen und stecken es entlang der offenen Seitenkanten zusammen. Wir nehmen die 6,4 x 6,4 cm Vorlage, legen sie jeweils auf die unteren Taschenecken und schneiden ein Quadrat auf beiden Seiten aus. Nun nähen wir entlang der Seitenkanten. Als nächstes falten wir die untere Kante der Tasche auf die Seite. Dort, wo wir das Quadrat ausgeschnitten haben und stecken sie fest. Musik 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 Wir nähen dann entlang der festgesteckten Kanten auf beiden Seiten und unser äußeres Taschenteil ist soweit fertig. Musik 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 Jetzt bügeln wir das Bügelflies auf die linke Seite des Futterstoffes. Musik Dann legen wir die Wattierung auf das Bügelflies, stecken sie entlang der äußeren Kante auf Bügelflies und Futterstoff und nähen sie mit einem Heftstich fest. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wir falten nun das innere Taschenteil zur Hälfte, schneiden auch hier die Quadrate an den beiden unteren Ecken aus und nähen die Seitenkanten zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir lassen eine ca. 12 cm große Wendeöffnung auf einer Seite offen. Wir falten die unteren Kanten der Tasche auf die Seitennähte, dort wo wir die Quadrate ausgeschnitten haben und stecken und nähen sie auf beiden Seiten fest. Anschließend legen wir die Henkel auf die obere Seitenkante des äußeren Taschenteils, ca. 11,4 cm von den Seitenkanten entfernt und nähen sie mit einem Heftstich fest. Musik 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 Wir stecken das äußere Taschenteil rechts auf rechts in das Innere und stecken die beiden Teile entlang der oberen Kante zusammen. Dabei liegen die Henkel zwischen dem inneren und äußeren Taschenteil. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Wir nähen die Taschenteile am oberen Taschenrand zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann wenden wir die Tasche durch die Wendeöffnung nach außen, stecken die obere Kante fest und steppen entlang der oberen Kante. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nun können wir die Wendeöffnung von Hand oder mit der Nähmaschine schließen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.